Ein Besuch im Museum ist eine Reise durch die Geschichte. Ich kann meinen Augen kaum glauben. Hergestellt in China. Erstaunlich. Du kommst in einen Rahmen. Erstaunlich. Hey, ich bin müde, okay? Ich liebe diesen Ort. Hey, Gelber, schalte deinen Blitz aus. Perfekt. Bitte nicht wecken. Das muss ich unbedingt Gary zeigen. Das ist so schön. Ob die mich wohl die Nase... Ach, die lassen die auch nie rein. Ich habe es geschafft. Eine Schachtel mit nassen Hölzern. Au. Du bist ganz schön schnell. Wie geht's? Was? Oh, Mann! Ist das nicht wunderschön? Das ist faszinierend. Hab dich! Ich bin gebärgert. Ich bin gebärgert. Ich habe es geschafft. Junge, Junge. Was für ein Foto. Ich bin ein Naturtalent. Schau dir das an. Au. Autsch. Hey, pass auf. Die lassen die auch jeden rein. Ich habe Gold gewonnen. Ich habe Gold gewonnen.